Moin Moin Wollen wir immer gleichzeitig Late Night Session Late Night? Was soll das denn heißen? Naja, wir können auch zacken oder zocken Ja, da hast du natürlich jetzt irgendwie recht Ja Aber ist ja langweilig Ey, die zwei Heinis hättet ihr gehört haben müssen Die geben wir nicht aus dem Kopf raus, die beiden Typen Ich hab dich so gefeiert Und der eine, ne Er hat erzählt, er hat Einen Laptop Völf Kilogramm Drei, selber, selber, selber gebaut, ne? Ja, selber zusammengeschraubt, ne? Drei Grafikkarten, wassergekühlt Ja, in nem Laptop Wahrscheinlich hat der so einen Extra-Koffer immer da mit neben stehen Der hat einfach, der hat einfach an seinen Stand-PC Hat der einen Monitor angeschraubt Ja, an seinen Stand-PC Das wäre dann ja ein ganz normaler PC Ich hab' meinen Monitor angeschraubt, zum mal klippen An so zwei Scheinierchen Haha, stimmt Jetzt weiß ich auch erst, wie du das meinst Boah Jonas, rate mal, wer wieder in The Hoos ist Bist back in the hood Bam, bam, bam War ne Spinne, Jonas Ach, jetzt, du Wichser Alter, wie viel Damage du mein machst? Hör auf, ich hab' das Eisen, ne? Du Wichser, dann hab' ich das Eisen, wenn ich dich töte Vielleicht hab' ich dich auch versteckt Kannst du mal das Feld jetzt wegpacken? Nein Das bleibt jetzt erstmal noch Ich möchte eine Eisen-Spezialcom, Moritz Ah, hier ist ja noch Eisen Wieso hast du den Raum denn nicht einfach für einen weiter runtergelegt? Aber es sieht schon ganz, es sieht schon ganz gut aus Weil es nicht ging Das hätte nicht gut ausgesehen Ich hab' noch ein paar Steaks für dich, wenn du willst Jo Warte, nehm ich Haben wir noch Steaks? Ja, warte hier Bitteschön So Jetzt kannst du löst gehen Oh Hier liegt noch ein Steak Ich hab' sechs Steaks Ja, ich hab' dir auch wirklich zugeworfen Oh Hast du grad irgendwas mit A, Wasser gemacht? Nein Ich hab' nichts mit Wasser gemacht Aquavari Hardware Ah So Was sagst du? Du brauchst noch Kannst du noch Cleanstone machen? Ja, mach' ich Hau' ich sofort rein Was brauch' ich noch? Äh, ne Eisenspitze Hab' ich schon Ist die noch relativ haltbar? Was? Ob die noch relativ haltbar ist? Ja, um 90% Denk' ich mal Egal, kriegst noch eine Meinst du noch größer? Das Weiß nicht Du bist mehr so der Der Hausbau Der Optiker Der Optiker? Ja, du Du kannst Mach' ich was mit Brillen oder was? Mann, so war das jetzt Kannst du das Feldmein hochlegen? Ja, ich leg' das gleich um Gegen die Hühnchenfang hab' ich nichts Woll, wollen wir die jetzt nicht Kann ich die jetzt paaren? Ich hab' Samen Ja, wenn die ausgewachsen sind, ja Warte, ich mach' das eben Boah Warte, ich hole mir meinen Samen Jonas, dein Eisenschwert Das sind nur Das sind denn Rice Seeds Wieso Rice Seeds? Zeig' mal Ich, äh, also werf die mal her Hier, da liegt dein Eisenschwert Das sind Weizenkörner Das sind ganz normale Körner Das sind Samen? Ja Kann die denen nicht geben Guck mal, sie macht Liebe Was? Sie macht Liebe Und da ist das dritte Hühnchen Was das für ne hässliche Fress hat Hast du das Eisenschwert genommen? Ähm, ja Sehr schön Das ist aber richtig dicke Inzucht Wenn da so ne riesen Familie kommt Mit 20 Hühnern Und alle von zwei Hühnern Äh, rauskommen Ja, der Rest wurde ausgerottet Ja Wir brauchen wieder Kohle Scheiße Oh, ich hab's dir gesagt Fuck Warte, wir haben noch 20 Wir haben noch 20 Alles, alles cool Boah, ich hab noch ein Ei Alles cool Oh, schade Oh, das überlebt Du hast ein Hühnchen gekillt Nein, ich hab's ihm gehauen Du Monster Au, Alter Ich hab noch die Hälfte meines Lebens Du schlägst mich einfach die ganze Zeit Äh, direkt, ey Aber du, du hast mich gehauen Jetzt, jetzt schiebt er wieder auf mich, ey Ja Fuck, was mach ich hier? Du musst mal wollen Kannst du mal Schafe holen? Warum? Ich möchte hier ne coole Sitzecke bauen Dafür baue ich Schafrolle Ja, ich soll jetzt grad die Farm umlegen Jonas Na ja Leg mal die Farm um Das ist dir lieber Haben wir schon Cleanstone drinnen? Ja, brennt schon Jetzt zieh ich wieder fucking reverse Wir haben noch 10 Eisen übrig Äh, warte, irgendwas wollte ich jetzt Ich hätte hier noch geschaufeln Boah, ne Boah, ne Das ist hier so ein riesen Gravel Alter, nur noch ein Spaß Gravel geht mir so auf die Eier Hab ich vorhin gesagt Und du hast mich eiskalt ignoriert No, das tut mir sehr leid Eiskalt So, jetzt habe ich alles Ja, der Raum sieht eigentlich jetzt ganz schrieke aus So, jetzt habe ich alles Ja, der Raum sieht eigentlich jetzt ganz schrieke aus Hast du die Farm jetzt da oben rein? Soll ich dir helfen hier im großen Raum auszunehmen Ne, es geht schon Ich mach das hier Man kann eine riesen Farm bauen Ja, das will ich aber machen Nein Jetzt zückt er wieder Hier, 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 genau Da zückt er schon das ein Schwert, ey Alter Alter Ich hab schon drauf gewartet, ne Warum haben wir keine Tür mehr? Wie, wer kennt die? Wie sollst du die Tür abgebaut? Weil ich den Blatt da drin draußen weggebaut habe So, warte, Cleanstone habe ich ein bisschen in die untere Truhe getan Ich bitte jetzt ja gerne mal, ich geh mal nach ganz oben rauf Willst du mitkommen? Nö, der Berg ist nicht so hoch Ich hab schon Ich hab höhere gesehen, vorhin noch mal eine Tür Na und? Wenn wir da oben drauf sind, ein richtig geiles Bonsen ausbauen Ne, wir brauchen ja gar nicht so eine Riesenfarm Ich geh mal Monsterfarm Du kannst Schafen besorgen Hast du Weizen? Äh Ne, ich geh zu unserer Monster Hier steht ein Skelett Ne, ich hab einen Weizen, das sollte reichen Ne, vier sogar Hier Verdammt, lass mich raus Wo bist du denn? In der Monsterfarm Und spawnen da schon welche? Geht gerade Der Monsterfarm ist nichts wirkliches Hier im Staat Die Monsterfarm ist ja auch ziemlich nudig Sag du das nicht, Moritz Hier Danke Ähm, soll ich die denn auch ins Haus reinbringen? Ähm Na komm mal, da geht's doch schon was Warte mal Ich glaube ich leg eher mal Farm und so Ich glaube ich mach mal hier draußen eine kleine Fläche Mach das mal, unten so an den Fuß von der Treppe wäre cool Ja, so ein kleines Terraform hier Aber das mach ich sicherlich nicht mit einer Steinschaufel Wir brauchen Diamanten Diamanten, Junge Diamanten Geh mal eben oben rauf Mal eben Kannst du mir da mal einen Eimer Wasser hinsetzen auf unsere Terrasse? Willst du da reinjumpen? Ja Ne, jetzt gerade nicht Die Scheiße braucht doch kein Mensch mehr hier ab unten in den Raum rein Und für einen Raum Deinen Raum? Da hab ich jetzt den Scheiß reingeschmissen Du Monstrum, du Ja Leute, tut mir leid, dass ihr jetzt noch kack sehen müsst hier Terraformer oder sowas, so ist das nunmal Okay, hier ist es nice Oh Leute, ihr müsst es wahrscheinlich doch nicht sehen Ich weiß nicht, vielleicht werde ich überlegen und cutte das raus Vielleicht aber nicht, weil ich zu faul bin Aber wir sehen uns schon wieder in der nächsten Folge Macht's gut Ciao